Moin Leute, wir sind heute im Eurotruck Simulator und wir befinden uns gerade in Stuttgart und wir müssen eine dicke fette Lieferung nach Frankfurt bringen. Ich hoffe euch wird das Video gefallen, lehnt euch zurück. Heute spielen wir wieder mit Lenkrad, kein Notruf Hamburg. Ich hoffe es ist okay für euch, dass wir auch mal was anderes spielen. Chat, seid ihr dabei? Let's go! So, wir haben grün und ich versuche mich heute wirklich gut an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Ihr seht, das hat jetzt gerade schon wieder nicht geklappt mit dem Abbiegen, aber okay. Blinken werde ich leider nicht können, denn jedes Mal wenn ich Blinken auf meinem Lenkrad hier drücke, schaltet er auch. Das heißt ich kann nicht blinken, ansonsten versuche ich mich schon an die STVO zu halten. Wir haben grün, wir dürfen links abbiegen. Ich kann natürlich jetzt nicht blinken. Wir fahren erstmal auf die Autobahn und geben das Ganze dann später in Frankfurt ab. So, hier müssen wir dann nochmal links blinken. Es ist gerade keiner hier und... Ups, das war ein bisschen Fail. Ansonsten versuche ich mich schon an die STVO zu halten. Hier ist anscheinend ein Stadion oder sowas? Keine Ahnung. Ah ne, das ist eine Brücke. Das ist ein Parkhaus. Ah, okay. Ist gar kein Stadion. Ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Bei mir hört sich das an in real life, als würde es hier gleich ein fettes Gewitter geben. Crazy. Leider geht der Sommer so ein bisschen zu Ende. Aber das hat dann auch immer den Vorteil, wenn das draußen früher dunkel wird, wenn schlechtes Wetter ist. Dann kommt erstens Weihnachten immer näher. Und zweitens beginnt einfach die Zeit des Jahres, wo man richtig zocken kann. So, ah, ich darf ja nicht blinken, aber ich habe jetzt trotzdem mal geblinkt. So, Spurwechsel. Ich kann hier leider nicht blinken. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil sich dann der Gang immer wechselt. Aber jetzt beginnt so langsam die Zeit, wenn ich so nach draußen gucke und es regnet und gewittert. Und jetzt kann man endlich wieder richtig durchzocken. Das läuft. So, ist der immer noch am Blinken? Ach, der ist immer noch am Blinken. So, egal. Wir fahren nach Frankfurt. Und ich zeige euch mal die unterschiedlichen Kameraperspektiven. Das hier wäre auch eine. Wow, so kann ich das gar nicht richtig kontrollieren. Da bin ich einfach so am Schlingern. Mit diesem Zug, sage ich mal, fahre ich jetzt hier durch die Gegend. Frankfurt, weil gerade das Stand auf dem Schild ist geradeaus. Da bin ich ja Gott sei Dank richtig gefahren. Okay, die Lenkung ist für mich, die Perspektive ist für mich ein bisschen hart. Oh, das ist auch eine harte Perspektive. Aber so kann man die Spur noch ein bisschen besser halten. Das ist oben drauf vorne. Das ist an der Seite. Seidenspiegel. Oh, das ist vorne unten. Vorne links. Gegen so einen Kino-Modus. Crazy. Das ist so, wie der Fahrer das sieht. Das ist eine Perspektive. Ja, die mag ich am liebsten. Das ist halt das, was auch ein Fahrer sieht. Wenn er wirklich im LKW drinnen sitzt. Ja, wir sind unterwegs mit 110 kmh. Ich glaube, hier ist sogar nur 80. Ups. Na komm, jetzt fahren wir schon die ganze Zeit zu schnell. Oh, geschwindig. Ey, in dem Moment gibt es eine Geschwindigkeitsübertretung. Ey, das ist doch. Ansonsten versuche ich schon an die STVO zu heilen. Feuerwehr? Die Polizei? Die hat mich gemessen. Die Polizei hat mich gemessen. Die kleinen Schlawiner. Was für Schlingel. Ey, ich rede darüber, dass ich zu schnell fahre. Und in dem Moment werde ich ge... Frittiert. Mann! Frankfurt am Main. Geradeaus geht es nicht weiter, aber rechts. Wir müssen ja eh nach rechts. Von daher, alles gut. Düsen wir hier mal rechts die Autobahn runter. Wir sind gerade noch mit 90 kmh unterwegs. 99 kmh, 100 kmh. Wir müssen langsam mal vom Gas geben. Eigentlich macht man das erst hier auf dem... Deschleunigungszeichen. Verzögerungsstreifen, so nennt sich das Ganze. Oh, jetzt bin ich schon viel zu langsam. Mit 40 kmh eiert man da auch nicht runter. Aber ich muss erstmal in das Spiel reinkommen. Chat. Was haltet ihr von solchen Simulatoren? Ich feiere es ja in Notruf Hamburg mit dem LKW unterwegs zu sein. Leider gibt es da nicht diese Innenperspektive. Ich glaube, dann würde es viel mehr Leute geben, die tatsächlich auch den LKW-Job machen. Genauso wie den Busjob. Weil es halt diese Innenperspektive fehlt. Das Gute ist, hier in diesem Spiel haben wir diese Innenperspektive. und können daher richtig schön mit dem Lenkrad fahren. Hier rechts auf dem Schild steht Frankfurt am Main. 134 km. Ja, das ist ja noch eine Strecke. Da haben wir ja noch ein bisschen was zusammen vor. Wir fahren hier auf jeden Fall durch die Gegend. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, so jetzt gerade... Ich glaube, ich finde diese Grafik ein bisschen besser als die Grafik vom Fernbus-Simulator. Den habe ich ja in letzter Zeit auch wieder öfter mal aufgenommen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Nicht vergessen, mittwochs und samstags bin ich live. Aber beim Fernbus-Simulator, ja, da gefällt mir die Grafik... Die ist auch gut. Aber ich glaube, diese Grafik hier ist nochmal einen Ticken ein Hauch schöner. Ein Hauch besser, würde ich sagen. Ne? So, wir bleiben mal erstmal hinter den LKW. Wir fahren etwas zu schnell. 80 ist hier erlaubt. Wir fahren 95. Das ist, würde ich sagen, noch im grünen Bereich. Solange wir jetzt nicht nochmal geblitzt werden. Wenn wir gleich zu nah dran sind und der Sicherheitsabstand zu klein wird, scheren wir aus. Leider ohne Blinken. Jetzt ist es der Fall. Weil mein... Ups, ich schere ein bisschen zu weit aus. Weil mein Lenkrad irgendwie falsch eingestellt ist. Wenn ich blinke, schalte ich leider auch. Deswegen ohne Blinken hier überholen. So, die beiden Schilder, Ortsschilder da oben, die waren nicht für uns wichtig. Jetzt scheren wir wieder ein. Lassen die anderen Leute durch. Oh, wir gehen bergab. Kommen nah an den LKW raus. Müssen wieder ausscheren. Wie im Rennfahrermodus Frankfurt am Main. Oben, sagt der Schild, geht geradeaus weiter. Wir gehen wieder auf die rechte Spur und geben hier Gas. Jetzt regnet das. Oh, krass. Die Grafik hier ist wirklich besser. Jetzt, wo ich das Regen sehe, die Grafik ist besser. Oh, das hat glaube ich sogar Einfluss auf die Straße. Irgendwie rutsche ich gerade so ein bisschen. Oder ist das nur meine Unfähigkeit? Wir müssen sie dann überholen. Frankfurt am Main sagt oben das Schild geradeaus. Köln auch geradeaus, Freunde. Dieses Jahr war ich nicht bei der Gamescom. Ich denke, nächstes Jahr, weiß ich nicht, gehe ich wahrscheinlich auch nicht hin. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich rechts überholen. Oh, oh mein Gott. Oh, mein Gott. Ansonsten versuche ich mich schon an die STVO zu halten. Wir tun so, als wäre nichts passiert. Sehr gerne. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Ich war auf einmal viel zu schnell und hatte keine Chance mehr, auf die linke Spur zu gehen, weil ich zu weit rechts war. Habe mich dann dazu entschieden, rechts zu überholen, über einen Standstreifen, der enger ist als eine normale Fahrbahn. Der ist nicht so breit. Und das hat nicht geklappt. Aber ich mag die Grafik. Ich würde jetzt aber gerne wissen, wie man den Scheibenwischer anstellen kann. An einem normalen Auto sind das hier rechts und links so Hebel. Ich drücke einfach mal mit meiner Taste. Äh, ups. Ups. Ja, jetzt wird die Steuerung ein bisschen fail. Guck mal, wie ich das einstellen kann. Wie kann ich mit F-Tasten? Kann ich irgendwas ändern? F5, F6, F7, F8, F9. Oh, Dicker, ich habe aufs Tacho geguckt. Das ist wie, als würde man aufs Handy gucken. Merkt ihr das? Dann ist man abgelenkt und baut einen Unfall. Also ich drücke mal auf F5. Okay, da ändere ich nur die Karte. Okay. Äh, warte, ich muss kurz auf das Schild achten. Einfach den Streifen. F6. Haben wir hier noch. F7. Sehen wir den Schaden. F8 Nachrichten, F9 auch irgendwas. Ja, geil. Oh, ich bau einen Unfall. Dicker, wenn man aufs Navi achtet, das ist wie ein Relief. Oh, ich muss hier sogar raus. Oh mein Gott. Dann baut man einen Unfall nach dem anderen. Ich muss sogar diese hier noch weiternehmen. Sagt das Schild oben rechts. Alter. Schaden zwölf Prozent. Nur weil ich auf das Infotainment System unten rechts geguckt habe oder auf das Navi einfach. Krass. Krass. War ich abgelenkt. Und so ist das auch in Real Life. Ohne Spaß. Fahrer ohne Licht. Feuerwerk. Polizei hat mich gebumst. Ja. So ist das auch in Real Life, wenn man mit dem Handy am Steuer ist. Es ist einfach so. Jetzt sind wir in einem Autobahnkreuz. Wir müssen hier gleich nochmal raus. So, diese hier müssen wir auch schon direkt wieder raus. Frankfurt. Die nehmen wir die Abfahrt. Und gehen hier ins Autobahnkreuz. Frankfurt ist hier diesmal geradeaus bleiben. Ah, wird mir netterweise auch angezeigt. Und aber hier jetzt raus. Seht ihr das rechte Schild? Da steht Frankfurt drauf. Deswegen müssen wir hier hoch. Ey, crazy. Nur noch mit 50. Oh, ich bin mit 80. Das ist ein bisschen zu schnell. 60, finde ich, geht noch. Weil wir müssen ja auch die Steigung hoch mit unserem schweren Sattelzug. Guck, jetzt sind wir schon bei 45 kmh nur noch. Und jetzt sind wir hier. So, ich konnte gerade leider nicht auf Schild achten, aber da vorne sind glücklicherweise ja nochmal welche. Frankfurt ist links. Wir müssen die Spur wechseln auf die linke Spur, weil rechts wäre schon wieder runter. Rechts wäre schon wieder runter. Wir bleiben links. Wir geben Gas. So, hier runter. Und Frankfurt einfach jetzt. In 800 Metern müssen wir wieder eine Ausfahrt nehmen. Das heißt, ich überhole den LKW jetzt mal nicht. Und wie sieht es aus? Ich habe gar nicht auf das Dings geachtet. Erster Aufenthalt in Frankfurt am Main. Ah, ich glaube, ich habe hier was freigeschaltet. Das Wetter wird ein bisschen besser. Der Regen hat ein bisschen nachgelassen. Kann das sein? Also, der hat nicht aufgehört. Der ist einfach nur weniger geworden. Die Sonne kommt ein bisschen mehr durch. Finde ich persönlich ein bisschen schöner. Wir müssen jetzt rechts hier runter. Frankfurt Zentrum. Finde ich ein bisschen blöd, dass das abgekürzt ist. Das ist, glaube ich, für Leute, die hier nicht einheimisch sind. Ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn das auch in Real Life so ist. Egal. Egal. Wo müssen wir uns einrunden? Was sagen die Schilder? Bornheim geradeaus. Ringenwald geradeaus. Palmgarten geradeaus. Eissportale geradeaus. Wir müssen aber nach rechts. Vorfahrt gewähren. Jo, machen wir. Machen wir. Machen wir easy peasy. Und wir sind hier. Ja, der Regen hat fast aufgehört. Ich glaube, der hat aufgehört. Meine Scheibe ist noch ein bisschen nass. Ich weiß leider nicht, wie man den Scheinwisch anmacht. Also, falls du das weißt, schreib es gerne mal in die Kommentare. Dann blende ich dich auch im nächsten Euro Truck Simulator Video ein. Und teste das aus. Einmal bremsen. Der Bremst vor mir so. Ach, weil die Ampel ist rot. Okay. Ich habe es gecheckt. Wir müssen hier jetzt aber weiter geradeaus fahren. Und der LKW, der blinkt rechts. Das heißt, der biegt hier gleich rechts ab. Wir fahren allerdings weiter geradeaus. Orange, grün. Let's go. So. Geradeaus. Und es geht ab. Ja, ich muss schon sagen, die Grafik von diesem Spiel hier ist ein bisschen schöner. Oh. Ist ein bisschen schöner als die Grafik vom Fernbus Simulator. Ich mag die Grafik vom Fernbus Simulator trotzdem. Aber hier ist sie nochmal einen Ticken schöner. Fahren ohne Licht. Ich habe wieder eine Strafe bekommen. Ja, ich weiß nicht, wie man sein Licht anschaltet. Falls du das weißt, schreib es in die Kommentare. Weiß Bescheid. Ansonsten versuche ich mich schon an die STVO zu halten. So. Rote Ampel. Wir bleiben einmal stehen hier. Easy peasy. So. Ein bisschen Gas geben. Noch ein bisschen näher dran. Bis an die Haltelinie. Und bremsen. So. Jetzt zeige ich euch was. Und zwar gibt es hier folgendes Problem. Wenn wir mal hier gucken. Ein LKW sieht jetzt nicht, was rechts hinter ihm ist. Also rechts von ihm ist. Also wenn jetzt hier ein Fahrradfahrer ankommen würde, würde ich den in meiner Fahrerkabine hier beim Abbiegen nicht sehen. Jetzt im Rückspiegel. Jetzt sehe ich den erst. Aber dann ist es meistens schon zu spät. Merkt euch das. Auch in Real Life. So. Wir müssen jetzt hier rechts blicken. Das heißt, fahrt nie. Versucht es immer zu vermeiden. Rechts mit dem Fahrrad hinter einem LKW zu fahren. Oder auch links. Oh nein. Ich habe mich verfahren, glaube ich. Warte. Ich fahre erstmal hier hin. Ganz langsam. Hier ist eine Schranke. Muss ich hier vielleicht durch. Das sieht mir da hinten aus wie ein Lager. Mal kurz hier andocken. Ja. Die Schranke geht hoch. Okay. Jetzt kommen wir auch zum schwierigsten Part. Und zwar das Ablassen von meinem Anhänger. Und das wird gar nicht so einfach. So. Einmal hier reinfahren. Jetzt müssen wir einfach nur sagen. Hey. Wir sind da. Dafür muss ich A drücken. Okay. Geht hier nicht. Enter drücken. So. Und jetzt haben wir mögliche. Drei Möglichkeiten den Auflieger abzulegen. Ich kriege die meisten Erfahrungspunkte, wenn ich den selber irgendwo hinlege. Wenn ich das einfach mache. Oder wenn ich das jetzt überspringe. Ich will aber die Profivariante machen. Und das ist am schwierigsten. Und das versuche ich jetzt erstmal. Fahre zum Verladebereich. Wir müssen jetzt hier links einparken. Seht ihr da die weiße Fläche? Ich zeige sie euch. Das Ding ist, wir dürfen da nicht vorwärts einparken. Wir müssen hier rückwärts einparken. Und hier ist so ein anderer LKW halb davor. Das macht die ganze Sache noch schwieriger. Aber ich bin ja ein Profi. Das sollte ja kein Ding sein. Also einmal hier so ein bisschen so hinstellen. Zack. Alles gerade ziehen. Und jetzt müsste ich theoretisch erstmal rückwärts fahren. Ich lenke nicht. Aber er bewegt sich trotzdem. Komplett in die falsche Richtung. Mashallah. Komplett Profi. Also neuer Versuch. So, wir lenken langsam dahin. Langsam dahin lenken. Und. So sieht das ja ein LKW-Fahrer in real life gar nicht. Aber ich kriege das schon nicht hin mit dem, in welche Richtung muss ich lenken. Ich bin stolz auf mich, wenn das jetzt klappt. Oh, es klappt nicht. Es klappt natürlich nicht. Oh, kann ich denn doch noch wieder gerade ziehen? Ne, kann ich natürlich nicht. Oh man, ich hatte, ich hatte schon gedacht. Oh geil, jetzt läuft es. Und versuchen so gut es geht rückwärts zu fahren. So. Das Spiel sagt, wir sind drin. Das heißt, wir sind drin. Ich drücke Enter und wir haben es geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut euch das Video auf der rechten Seite an. Aktiviert die Glocke, um keine coolen Videos mehr zu verpassen. Bis dann und ciao.